Mit dem Familienkalender der Feminize App bekommst du endlich einen gemeinsamen Kalender, auf den jeder in deiner Familie zugreifen kann. In einer praktischen Listenansicht hast du maximalen Überblick über alle Termine deiner Familie. Du kannst Termine bestimmten Familienmitgliedern zuordnen und sicherstellen, dass sie automatisch daran erinnert werden. Auch komplexere Serientermine kannst du mit der Feminize App einrichten, sodass du möglichst wenig Erfassungsarbeit hast. Alle Termine können mit Notizen versehen werden, damit du gleich alles parat hast, was du zu einem Termin benötigst. Und wenn du möchtest, wird dir der Kalender wöchentlich per E-Mail zugesandt. Den Familienkalender kannst du, wie alle anderen Funktionen der App, auch in der Desktop-Version von Feminize öffnen. Hier kannst du zum Beispiel auch den Kalender ausdrucken. In der Pro-Version der Feminize App erhältst du zusätzlich die Möglichkeit, andere Kalender zu abonnieren und auch den Familienkalender zum Beispiel in Outlook zu integrieren. Für noch mehr Übersicht bietet dir die Pro-Version zudem eine umfassende Monatsansicht. Also worauf wartest du? Lade dir jetzt die kostenlose Feminize App und bring mehr Übersicht in deine Familie.